So und da sind wir wieder bei DLC-Quest und hier ist ein Pfeil aus Coins. Wahnsinn. Bad guy hide out head. Okay. Geil. Ist denn hier noch was? Oh. Oh. The zombie pack. Wie cool. Beware of troll. No solicitors. Haha. I didn't even feel that. Oh. 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 I'm going to need a better weapon. Problem? No. Ich glaube wir brauchen eine bessere Waffe. Das will uns das Spiel so ein bisschen unterschwellig so sagen, glaube ich. Aber. Wir haben ja. Wow. Wow. Das hätte ich fast übersehen. Hier muss man sich wirklich gut umgucken. Irgendwie. So. Einfach mal 500 Münzen fast. Da muss doch irgendwas schief laufen. Hallo. Oh. Jetzt aber Mann. Oh. You'll see. They'll see here. Yes. Okay. Gun page. Äh. Nehme ich das jetzt? Ach komm schon. Und our marketing department said every game needs zombies. There are no refunds for this album. Da hat er recht. Äh. Let the NPCs. Oh. Oh. Wir lassen das gerade nochmal weg. Weil wir haben so wenig Geld jetzt schon. Das war ja schlau jetzt. Hm. Hm. Ähm. Haben wir jetzt? Da. Moment. 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 Wo ist meine Waffe jetzt? Wo ist die DLC hier? Okay. Prochased DLC. A purely cosmetic weapon upgrade that in no way unbalanced the game. Honest. Visit the gunsmith to read them. There are no refunds for that. Ach. Bei dem Typen müssen wir vorbeischauen. Na sag mir das doch. What? It's now night time in the forest. You'll need to bury the night version of the weapon. Ach. Natürlich. Ja. Night map pack. Müssen wir. Müssen wir kaufen. Dann gehen wir zurück. Oh. Hallo. Äh. So. Player. Now that you've purchased the gun DLC pack. I have a weapon for you. Be careful where you point it. I'm sorry. Oh. Einfach mal tot. Okay. Den schießen wir tot. Nein. Den schießen wir nicht tot. Aber wir können ja mal irgendwo runter. Äh. Ja klar. Ist überhaupt nicht overpowered. Oder? Der Troll ist schon mal tot. Okay. Okay. Whatever. Ähm. Das war's? You did it. Kind of. Aha. Aber ich glaube das war's irgendwie noch nicht. Kann das sein? Ich hab mich gerade mal ein bisschen näher vor das Mikrofon gesetzt. Sollte jetzt vielleicht besser klappen. Hören. Wie ist das? Ich bin ein bisschen müde. Sorry. Okay. Thanks for playing. Da. Kommt doch noch was. Oder? Ja. Okay. Okay. Geil. Credits. Ja. Das war DLC Quest. Äh. Live Premium or Die können wir dann gleich noch spielen im Anhang. Ähm. Ich bin erinnern. Aber hier hat mal die Aufnahme. Und wir switchen dann um. Und es sind jetzt zwar nur 5 Minuten. Aber whatever. Wir sehen uns gleich. Beziehungsweise später bei euch. Dann bei Live Premium or Die. Beziehungsweise immer noch bei DLC Quest. Oder was ist es immer noch DLC Quest. Aber ihr wisst was ich meine. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye bye.